Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde bei Toad Treasure Tracker und wir machen Lohrenwerfen, äh Zielwerfen im Lohrenturm, aah, ich darf nicht so viel Alkohol trinken bevor ich zu Spiele spiele, eindeutig. Ok, ja, offenbar muss ich hier jetzt wild schießen, während ich mit dieser Lohre unterwegs bin. Mir schwarmt Schlimmes, ach schauen wir mal, äh, hallo, gut, den haben wir, na, na, gut, den haben wir, haben wir, ok, Level gefällt mir, einmal, wow, kacke, ich wünsche mir halt die Zielsteuerung, und sag mir nicht, ich muss nachher alle hier abschieben. Das gibt doch eh nicht. Ok, die anderen Level fand ich deutlich angenehmer, wenn ich das so sagen darf. Na, hier ist noch ein bisschen was versteckt. Und ich befürchte ganz schlimm, ähm, ja, es ist ein Level, wo wir, äh, wo wir Münzen als alle Parapunkten besiegt, ok, na gut, das kann sein. Ähm, schauen, suchen wir erstmal nach unserem Pixel Toad. Und das werde ich nicht blamieren, nehme ich das Spiel immer und immer wieder. Ich dachte, das ist jetzt ein kurzes hier. Ok, er ist irgendwo ganz blöd wahrscheinlich versteckt. Ich meine, für mich ist jetzt natürlich der Vorteil, ich muss jetzt nur die Fahrt machen. Ok, die, die Steuerung von diesem Teil ist nicht besonders nett. Ich hasse sie. Ich hab' drauf getippt, dass es irgendwo da ist. Wo ist der blöde Toad? Was gibt's da noch? Was gibt's da noch? Ich hab' ihn auch nicht gehört. normalerweise hört man ja immer recht gut denn wenn er irgendwo in der nähe ist hier habe ich jetzt gar nichts gehört und mein problem ist ich komme jetzt auch nicht mehr zurück ok ja du bist noch mal dann wir haben noch viel zu tun wir haben zu wenig so dieses mal volle kontrolle oder volle suche ich höre ihn nicht wo ist er ich habe auch gar nicht den ich habe nur am anfang ich habe auch gar nicht den ich habe nur einen ich habe die aber ich habe ganz komisch eine ewigkeit später so schauen wir noch mal wo könnte dieses blöde teil sein wir machen erst mal ich bin so schlecht bei suzid übungen haben wir haben wir haben wir Ich bin echt so schlecht. Das gibt es nicht. So, den ersten haben wir immer noch nicht. Wo ist der? Noch eine Runde. So, also alle Parapünktchen haben wir auf jeden Fall mal. Schon mal. Noch einmal. Wo ist dieser letzte Diamant? Das gibt es noch nicht. Ach, da drüben. Also gleich am Anfang umdrehen. Und dann kriegen wir ihn. Okay. Also, hier. Komm. So, wir haben ihn. Hier, Parapünktchen Nummer 1. Hab, da. Den haben wir. Den nehmen wir mit. Einmal. Den haben wir. Da ist einer. Hier ist er. Na, komm. Na, ich hätte ihn sogar noch hier auch bekommen. Aber es sieht schon nicht viel besser aus. So, einmal. Jetzt hier noch die paar Münzen einsammeln. Und wir können den Standing. Huh. Das ist, wenn man gleich am frühen Morgen probiert, äh, ja, dieses Spiel zum Spielen. So, jetzt fehlt uns allerdings nur noch hier. Dieser Kleine. Er kann ja eigentlich nur am Anfang oder am Ende sein. Ja, find my picture. Ähm. Das heißt, entweder er ist jetzt hier irgendwo. Weil während der Lohenfahrt kommt ja dieses Spüre auf. Komm. Ach. Und an dem brauche ich so lange. Ah. Ja, das war die Runde. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich zum nächsten Level. Was ist es denn? Oh, cool. Drehrehrener. In der Kugel-Willi-Basis. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.